Herzlich Willkommen zu Lisas Welt, der Satire zum Mitnehmen von Report Mainz. Lisas Welt ist der Kinderblick auf die große Politik. Lassen Sie sich überraschen, was Lisa dieses Mal zu sagen hat. Der Sommer soll ganz schön heiß werden, vor allem in Bayern. Da kommen die Buben jetzt schon ins Schwitzen. Die Horst, die Erwins, die Günthers. Aber passt nur auf, wer hat hier die Krachlieder nahen? Ja, äh, richtig, die St. Pauli. Die zeigt den alten Sek, äh, Herrn, wo der Hammer hängt. Die will die CSU wieder in Schwung bringen. Dabei hat sich der Horst doch ganz schön abgerackert. Drei Stunden mit seiner Ex in Berlin, schreibt die Bild. Was macht denn der da eigentlich so lange? Äh, ja, und der Erwin rödelt auf dem Wahlkampf. Der Günther tobt gegen Terroristen und Ausländer. Äh, also nochmal. Was will die CSU? Ah, ja, die Pauli will statt Lederhose Latex. Der Horst steht für ohne Latex. Dem Erwin steht gar nichts. Und der Günther verkneift sich. Dem Edmund stinkt. Die Nation freut sich. Ein flotter Drei-äh, Vierer. Ein tolles Theater. Wie geschaffen für das große Sommerloch. Lisas Welt sehen Sie in Report Mainz, alle drei Wochen im Ersten und natürlich im Internet unter reportmainz.de. Tschüss, bis zum nächsten Mal.